Wisst ihr, was ich richtig liebe? Einen normalen Tag auf See. Mhh, der Klassiker. Und damit sind wir in Kapitel 10,59 angekommen. Das Kapitel ist richtig vollgepackt und hat meinem Kopf auch ganz schön zum Rauchen gebracht. Ich bin echt gespannt, ob das bei euch auch so gewesen ist. Lasst mir das unbedingt in den Kommentaren da. Auf dem Weg dahin könnt ihr ja vielleicht auch mal am Like-Button und dem Abo-Button vorbeikommen. Nö, also das ist ja nur so eine Idee. Ich mache sowas normalerweise nicht, aber ich habe das Gefühl, ich sollte das mal tun. Aber genug davon. Ich will das Kapitel mit euch natürlich auch wieder Schritt für Schritt durchgehen. Und ich würde sagen, auch hier, ich werde die Reihenfolge ein bisschen anpassen. Gerade die Geschichte mit den Pazifister packen wir mal ganz nach hinten, weil da habe ich ein paar Gedanken, die ich loswerden will. Aber erst mal Schritt für Schritt. Kommen wir zunächst mal zur ganzen Thematik rund um Marco und Yamato. Das sind zwei Charaktere, die hier erst mal zu Ende geführt werden, für zumindest den nächsten Story-Arc. Vermute ich mal, werden wir die nicht direkt wiedersehen. Bei Marco auf jeden Fall sehr schön, dass er Jenks hier nochmal sagt, nee, danke, ich will nicht zu dir in die Crew. Und ich finde es auch schön, dass Marco hier nochmal die Chance bekommt, sich mit Ruffy über den Krieg auszutauschen, auch wenn es hier nur zwei Sätze sind. Aber trotz allem, das ist eine Sache, die hat jetzt schon länger gefehlt. Yamato. Wir haben darüber schon mehrfach gesprochen. Ich habe das schon getan. Es fühlt sich nach wie vor nicht richtig an, dass sich Yamato nicht mit in die Crew begibt. Die Punkte, die sie hier macht, sind wirklich vernachvollziehbar. Und ja, das sind auch durchaus realistische Gefahren. Wir haben ja schon den Fall gehabt. Ich kaufe aber nach wie vor nicht ab, dass das der initiale Plan von Oda für Yamato war. Wie genau es jetzt dazu kam, kann ich natürlich jetzt nur schwer beurteilen. Es ist auf jeden Fall eine Sache, die mir nach wie vor nicht so richtig schmecken will. Aber gut, okay. Am Ende des Tages, ich schreibe die ganze Geschichte nicht. Wir müssen es halt akzeptieren. Es fühlt sich halt trotzdem immer wie so ein bisschen saures Aufstoßen an. Was hier aber für mich nochmal mit rauskommt, ist, dass sollten wir nochmal auf Yamato im Laufe der Geschichte treffen. Was, glaube ich, nicht so unwahrscheinlich ist, dass die Wahrscheinlichkeit dann nicht allzu gering ist, dass sie dann mit in die Crew kommt, wenn Wano sich dann selbst verteidigen könnte. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich hier noch kommen sehen würde. Kommen wir aber mal zum Hauptteil des Kapitels, die gesamte Geschichte rund um Amazon Lily. Zunächst geht es mal damit los, dass Hancock wieder Hancock ist. Wen wundert's? Und es dauert auch nicht lange, bis wir den ersten Glimpse auf das Ablöseprogramm für die sieben Samurai treffen. Wie gesagt, da kommen wir nachher noch zu. Die Sache, die mich hier initial allerdings wundert, ist, dass wir jetzt Blackbeet hier auf dem Plan haben. Gut, Corby spricht's auch an. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich Piraten jetzt irgendwas von den Samurai erschleichen wollen, erholen wollen oder sonst irgendwas. Der Gedanke, der mich nur hierbei so ein bisschen in Stützen kommen lässt, ist, dass ja Whole Cake Island aktuell mindestens mal genauso schutzlos im Verhältnis gesehen dasteht, wie es jetzt eben Amazon Lily ist, durch den Zweckfallen des Samurai-Status. Der Gedanke, den ich damit nur äußern will, ist, wäre es nicht sinnvoller gewesen, sich zunächst mal auf Whole Cake Island die ein oder andere Frucht zu stibitzen? Da wäre direkt so die von Katakuri, die ja doch nicht so unmächtig ist. Da muss man vielleicht auch wieder fairerweise dazu sagen, dass das wieder ein Beispiel dafür ist, dass Paramezia-Früchte immer auf den Nutzer ankommen und immer damit natürlich verschiedenmächtig werden. Denn ich glaube, es gibt auch andere Früchte, die im Prinzip zum gleichen in der Lage wären, wie die von Katakuri. Wenn man irgendeine Paramezia hat, die quasi auch so eine zähflüssige Masse oder sowas kontrollieren kann, vielleicht eine Art Teerfrucht oder sowas, wäre vielleicht sowas ähnlichem in der Lage. Da weiß ich jetzt aber nicht, ob wir sowas vielleicht mal bekommen werden, aber ich hoffe, mein Punkt wird klar. Kann natürlich auch sein, dass eine andere Truppe der Blackbeard-Piraten, wir sehen ja hier nicht alle, sich natürlich jetzt gerade auf den Weg nach Whole Cake Island bewirkt macht. Und wir das in den nächsten Kapiteln sehen, dann wäre das hinfällig, beziehungsweise die nächsten Kapitel würde ich da nicht vermuten. Sondern eher als Part der aktuellen Cover-Story, die ja jetzt gerade in Whole Cake Island spielt. Wenn wir den Gedanken jetzt allerdings einfach mal weiterspinnen und überlegen, welche Teufelsfrüchte aktuell dort zu finden sind, gibt es ja eigentlich nur drei Stück unter den Kuya-Piraten. Wenn mich mein Gedächtnis nicht enttäuscht, sind das die zwei Sorenfrüchte des Modells Schlange, ich glaube Anaconda und Cobra war es, glaube ich. Moment. Unauffällig wie ich bin, habe ich die Macht des Internets genutzt, um zu bestätigen, dass sich mein Gedächtnis nicht im Stich gelassen hat. Es war Anaconda und Cobra und eben die Frucht von Hancock, die jetzt hier mit im Spiel ist und ja auch das Ziel von Blackbeard ist. Ein paar Gedanken dazu mal in den Raum geworfen. Blackbeard hatte ja mal zumindest in der Vergangenheit Zugang zum Buch der Teufelsfrüchte. Wir wissen nach wie vor nicht, was genau da drin steht. Aber er scheint ja auch zu verstehen, welche Kraft Boa Hancock hat und vor allem zumindest grob zu verstehen, wie diese funktioniert, wenn er sich sie als Ziel raussucht. Daher jetzt meine Gedanken, warum will er ausgerechnet diese Frucht haben, wenn ja Hancock in dem Kapitel auch nochmal bestätigt, dass diese Frucht auch nur funktioniert, weil sie ja so wunderschön ist. Ich will jetzt niemandem zu nahe treten und hier jetzt auch nicht unhöflich werden, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass in der Blackbeard-Crew irgendjemand vorhanden ist, der diese Frucht vermutlich zu dem Extend nutzen kann, wie es Hancock hier tut. Ich möchte mich an der Stelle entschuldigen, falls sich da irgendwer durch angegriffen fühlt, aber ich möchte das Thema ganz einfach hier nochmal ein bisschen ausdiskutieren bzw. besprechen. Wir wissen von der Frucht, dass es auf der Liebe bzw. den lüsternen Gedanken des Gegenübers basiert, die quasi Hancock betrachten und dadurch kann sie sie quasi in Stein verwandeln. Nehmen wir jetzt mal an, Katharina de Waugh würde diese Frucht nehmen, wir wissen, sie hat jetzt eine, aber für das Beispiel nehmen wir sie jetzt einfach mal. Würde das in Stein verwandeln dieser Frucht ja auch nur funktionieren, wenn ihr gegenüber sie attraktiv bzw. in so einer Art und Weise anhimmelt, dass eben diese liebes- bzw. lüsternen Gedanken zustande kommen. Ich habe es gerade schon gesagt, ich möchte nicht unhöflich werden, aber ich würde jetzt mal nicht behaupten, dass es bei Katharina de Waugh so häufig vorkommen würde im Vergleich zu Boa Hancock. Was vielleicht noch in den Spielraum der Interpretation gehören könnte, ist, ob man diese lüsternen bzw. Liebesgedanken vielleicht auch für Macht oder Schätze haben kann und dass man dadurch die Frucht noch mit aktivieren kann. Aber dafür haben wir halt aktuell noch keinen Anhaltspunkt. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man das Ganze auch so auslegen kann und das deswegen für die Blackbeard-Piraten interessant ist, aber in der aktuellen Form, wie wir es jetzt kennen, weiß ich nicht unbedingt, ob das die beste Wahl gewesen wäre, dass sich Blackbeard für diese Frucht entscheidet, um diese eben in seine Crew zu holen. Sollte er natürlich eine bildhübsche Person noch in seiner Crew haben, die wir einfach noch nicht kennen, ist diese gesamte Diskussion auch wieder hinfällig, aber das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht und wir können natürlich auch nur mit dem arbeiten, was wir gerade haben. Und da wir ja gerade schon über Blackbeard und auch Boa Hancock sprechen, will ich auch gleich nochmal die neuen Kopfgelder anreißen. Es wirkt auf mich nach wie vor immer wieder, als ob diese Kopfgelder so ein bisschen gewürfelt sind, also zumindest die letzten Stellen, die immer so seltsam ungerade sind. Ich bin der festen Überzeugung, dass da irgendwelche Zahlengeheimnisse bzw. Easter Eggs versteckt sind auf die Origin der Charaktere, zum Beispiel den Blackbeard gab es ja auch in unserer Welt, eben ohne Teufelsfrüchte, obviously. Aber auch bei Hancock oder zum Beispiel auch in letzter Instanz Zorro und Sanji kann ich mir vorstellen, dass diese Zahlen da drauf in irgendeiner Art und Weise noch einen Witz beinhalten, wo sich Oda immer so ein kleines bisschen ins Feuchten lachen kann, dass wir da einfach nicht drauf kommen oder so. Vielleicht kann man das decoden oder sowas, dafür habe ich jetzt aber gerade nicht die Zeit, um das nachzurecherchieren. Was man natürlich aber auch vermuten kann, da wir jetzt nach und nach was über die verschiedenen Samurai erfahren, wäre natürlich auch, dass wir eventuell nochmal was zu Moria bekommen und auch da noch ein Kopfgeld haben, was mich persönlich unglaublich sehr interessieren würde. Wobei Moria ja doch etwas sehr in den Hintergrund gerutscht ist in den letzten Jahren. Also auch innerhalb der One Piece Welt gab es jetzt nicht so unglaublich viele Entwicklungen zu ihm, es ist nach wie vor, glaube ich, eine sehr verpasste Chance, dass wir ihn nicht in Wano Kuni hatten. Aber auch hier würde es mich mal interessieren, wo denn jetzt sein Kopfgeld ist, da es die Sieben Samurai ja nicht mehr gibt, da die ja alle relativ doch stark gesprungen sind. Jetzt mit Hancock, Crocodile und auch Mihawk, beziehungsweise Mihawk ist nicht gesprungen, Mihawk hatten wir bisher kein Kopfgeld. Kann man da, glaube ich, jetzt aber so langsam mal die ersten Predictions raushauen, beziehungsweise das gleiche Spiel kann man ja auch für Weeble raushauen, weil dazu haben wir jetzt aktuell auch noch nichts bekommen. Würde mich nicht wundern, wenn es in den nächsten Kapiteln auch noch folgt. Dann will ich mal noch eben auf Rayleigh eingehen. Wir bekommen hier mit seinem Auftreten wieder diesen typischen One Piece Cut, dass wir nicht erfahren, wie die gesamte Situation jetzt gelöst wurde. Und zumindest in meinem Kopf ist es in erster Linz immer so eins, verdammt, Oda hat selbst keine Ahnung, wie er die Situation jetzt lösen soll. Also werfe ich einfach einen Charakter rein, der da passt und löse das Ganze irgendwann später mal auf, wenn mir eine passende Lösung eingefallen ist. Ist für mich so ein bisschen Headcanon, aber ich bin mir relativ sicher, dass Oda erfahren genug ist, um sowas eigentlich nicht wirklich mehr nutzen zu müssen. Die Gedanken, die Rayleigh hier äußert, sind für mich auf jeden Fall nochmal interessant, um die aktuelle Stärke von Blackbeard so ein bisschen besser einordnen zu können. Aber vor allem wirft es mich auch den Gedanken auf, den er hier selbst auch anspricht, wie lange denn Rayleigh noch den, ich nenne es jetzt mal ganz provokativ Joker, für Amazon Lily spielen kann, wenn es mal wirklich Probleme gibt. Dass Boa Hancock sich jetzt nicht gegen Blackbeard durchsetzen konnte, war zwar zu erwarten, aber trotz allem stellt sich natürlich die Frage, ob nicht eventuell auch noch andere Piraten da irgendwann mal eine Gefahr darstellen. Wir hatten das am Anfang des Kapitels erst mit Wano. Wie lange das noch gut geht, ist, glaube ich, eine interessante Frage, aber wir gehen mit One Piece ja jetzt doch auf relativ großen Schritten die finale Saga zu, beziehungsweise die finale Saga ist jetzt gerade dabei, wirklich in die Gänge zu kommen. Daher ist es, glaube ich, nicht ungewöhnlich, dass einige Oda, die wir bisher als sicher gesehen haben, jetzt so langsam aber sicher in mehr Gefahr rücken. Apropos Gefahr, lasst uns auch nochmal ein bisschen über Kobe sprechen, denn ich finde, der Junge macht sich auf jeden Fall über die letzten Auftritte, die er in One Piece hatte, immer, immer besser als Charakter und ich mag Kobe ja auch. Hier ist er natürlich so ein kleines bisschen outmatched, hat vielleicht auch das Pech, dass er jetzt ausgerechnet vor Blackbeard steht, beziehungsweise Boa Hancock. Ist natürlich nach wie vor mehr oder weniger ein diplomatischer Charakter, er hat ja auch versucht, das Ganze über Worte zu lösen. Gut, das ist den beiden aber vollkommen egal, also Hancock und Blackbeard. Lass uns aber mal über das Ende von Kapitel und Kobe sprechen. Blackbeard sorgt dafür, dass eine Person, die in irgendeiner Art und Weise für Ruffy wichtig ist, gefangen genommen wird. Hm, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Aber mal Spaß beiseite. Der wirklich interessante Gedanke hier ist ja jetzt natürlich, wie die ganze Situation letztendlich geendet ist. Das ist, was ich vorhin mit diesem typischen One Piece Cut meinte. Uns fehlen leider die Details, um zu wissen, was jetzt passiert ist, um wirklich interpretieren zu können, was das Ende bedeutet. Da Rayleigh ja, Zitat, ja eigentlich kein Funny Business, also keine, äh, Betrügereien oder sonst irgendwas zulassen wollte, schließt das eigentlich für mich aus, dass Kobe hier wirklich gekidnappt wurde, weil diese Aussage von Rayleigh für mich zumindest impliziert, dass auch die Marine hier mehr oder weniger verlustfrei, zu dem Zeitpunkt verlustfrei, aus der ganzen Situation rauskommt, was auch für mich implizieren würde, dass Kobe also für nicht gefangen werden kann. Bedeutet für mich im Umkehrschluss, dass Kobe hier eigentlich windentlich mit Blackbeard mitgegangen sein muss, was wiederum die Frage aufwirkt, warum zur Hölle sollte er das tun? Allerdings ist das auch nur ein Gedankengang, den ich habe und wir müssten jetzt voraussetzen, dass dieser Gedankengang richtig ist, um die ganze Sache weiter zu spinnen. Das werde ich jetzt auch gleich tun, ich möchte nur darauf hinweisen, dass das jetzt wie gesagt eine Interpretation meiner Seite von der letzten Hälfte des Kapitels ist, warum ich zu dieser Konklusion komme. Ich will erst mal ganz kurz auf die Gegenseite eingehen, also dass Kobe tatsächlich gefangen genommen wurde, was relativ schnell abgehandelt ist, denn Marine-Soldaten, gerade Kobe, der ja auch eine Verbindung zu Ruffy hat, ob Blackbeard das jetzt weiß, bin ich mir gerade gar nicht so sicher, kann aber ja eigentlich erst mal nur Vorteile für Blackbeard haben, wenn sie ihn zumindest mal gegen Lösegeld oder sowas wieder freigeben können oder sich vielleicht auch damit Zugang zu irgendwas verschaffen können, wo sie sonst normalerweise nicht reinkommen würden, sind das auf jeden Fall Sachen, die es vermutlich wert sind, Kobe gefangen zu nehmen und ich denke auch die Blackbeard-Piraten sind mehr als nur in der Lage, Kobe auch klein zu halten, dass er ihnen nicht sonderlich viele Probleme macht. Das wäre jetzt aber wie gesagt der Gedanke, sollte Kobe tatsächlich gefangen genommen worden sein. Ich habe gerade schon erklärt, warum ich das nicht glaube, jetzt würde ich mal eben kurz darauf eingehen, warum zur Hölle sollte Kobe denn willentlich mit Blackbeard mitgehen? Und ganz ehrlich, ich habe keine verdammte Ahnung, warum man sowas tun sollte. Es gibt eigentlich kein Indiz dafür, warum zur Hölle Kobe ein Interesse daran haben sollte, mit Blackbeard mitzugehen. Da Rayleigh aber wie gesagt da ist und wir nicht wissen, wie diese Situation aufgelöst wurde, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, das hat eigentlich auch nicht sein kann, dass es zulässt, dass Blackbeard hier die Marine mitnimmt, da ja wie gesagt eigentlich alle aus der Situation rauskommen sollen, weil das ja die Paz-Situation war. Vielleicht kann man in irgendeiner Art und Weise noch mit Kobys Verbindungen zur Sword-Einheit argumentieren, dass sie hier vielleicht versucht, irgendwelche Informationen zu bekommen, was ich, wie ich finde, aber doch eine sehr dünne Argumentation wäre. TLDR, ich habe keine Ahnung, warum zur Hölle das Ende so ist, wie es ist, weil es eigentlich nicht sein kann, bedeutet, Oda hat uns mal wieder schön an der Nase rumgeführt und ist mir so gut wie keinerlei Informationen zurückgelassen. Ah, ich liebe One Piece. Sag mal, Oda, hast du vielleicht noch Lust, irgendwo noch ein paar Coins zu verteilen oder sowas? Den wird's verstehen jetzt nur, CFA-Spieler. Und für alle, die es interessiert, das aktuelle Murder-Mystery trat mich absolut in den Wahnsinn. Trommelwirbel, wir wissen jetzt, was die Samurai ablösen sollte. Und zwar Kinder-Version von ihnen selbst in Form der Lunarians, als Roboter mit den Pazifister-Fähigkeiten und vermutlich noch eine ganze Menge an Sachen, die wir nicht gesehen haben. Und das wirft eigentlich nur mehr Fragen auf, als wirklich beantwortet hat. Erstens, warum zur Hölle gibt es da Lunarians? Sind die nicht eigentlich ausgestorben? Zweitens, warum sind das Kinder? Drittens, warum sehen die aus wie die Samurai? Viertens, warum haben die die Pazifister-Fähigkeiten? Fünftens, was ist mit deren Augen los? Beziehungsweise den Augen von der Hancock-Variante, die wir hier sehen. Gut, die Sache mit den Pazifister-Fähigkeiten lässt sich vermutlich noch am einfachsten erklären, da es vermutlich auch Pazifister sind. Daher auch meinen genannten Sprung dazu, dass es vermutlich eher Roboter- beziehungsweise Cyborgs sind. Aber nach wie vor ist die Frage da, was zur Hölle das mit den Lunarians auf sich hat? Beziehungsweise kann man das vielleicht auch mit dem Aussterben dieser Rasse in Verbindung bringen? Ich würde es der Weltregierung zutrauen, dass aus vielleicht aus irgendeinem Grund diese Rasse besonders gut für solche Experimente geeignet ist und deswegen diese gesamten Kinder davon vielleicht entführt wurden und die Rasse ausgemerzt wurde, weil es sonst eine zu große Gefahr für die Weltregierung stellt. Das sind jetzt aber nur die wildesten Spekulationen, die ich initial dazu habe. Kann man aber auch natürlich den Gedanken bespinnen, wenn das eine Boa Hancock darstellen soll, wer ist dann der andere gewesen? Mein initialer Gedanke war Mihawk, aber so wirklich ähnlich sind die beiden sich nicht. Vielleicht ist es auch eine abgewandelte Variante von King, weil ich sehe da persönlich schon mehr Ähnlichkeiten. Gut, das ist so ein bisschen Kontradikmus mit dem, was ich eigentlich gesagt habe, dass es ja die Samurai darstellen soll. Aber das kann auch sein, dass es vielleicht nur teilweise die Samurai sind, vielleicht auch in anderer Art und Weise. Einfach nur Lunarian Kinder, die keine wirkliche Relevanz haben, beziehungsweise uns nicht in irgendeiner Art und Weise von ihren Gesichtsformen her bekannt sind, wie es jetzt eben hier beim Beispiel von Hancock. Dann direkt mal die Frage aufwurfen, warum genau müssen das jetzt Kinder sein? Ist es vielleicht auch eine Art von Prototyp-Variante, die jetzt gerade erst im Kinderstatus getestet werden kann, weil die Erwachsenen-Variante vielleicht auch zu lange gedauert hätte? Oder gibt es vielleicht auch einen tatsächlichen Grund dafür, dass die als Kinder besonders effizient sind? Gut, okay, es gibt vielleicht auch noch den Gedanken, den man ansprechen kann, dass es immer schwieriger ist, ein Kind zu bekämpfen, als einen erwachsenen Mann. Ich glaube aber nicht, dass Oda gewillt ist, so einen Gedanken in One Piece wirklich dauerhaft als Thema aufzugreifen. Das Gleiche gilt natürlich auch für erwachsene Frauen, beziehungsweise kleine Mädchen. Aber es wäre eine Thematik, die so rein vom Charakter her ich der Weltregierung zutrauen würde, dass sie sowas nutzen, um sie selbst den Vorteil zu verschaffen. Und eine andere Frage, die man sich natürlich auch noch stellen kann, ist, wenn die Kinder, beziehungsweise das Beispiel von dem Mädchen hier, so nah an dem Gesicht von Boa Hancock als Kind ist, warum ist das genau so? Haben die eventuell Überschneidungen in den Fähigkeiten? Gibt es vielleicht auch eine Verbindung von Boa Hancock dazu? Also, dass sie irgendwas mit den Lunarians zu tun hatte und das irgendwie die gleichen Großeltern waren oder sowas? Keine Ahnung. Oder was genau ist da der Gedanke? Wie gesagt, es wirft so viele Fragen auf und beantwortet eigentlich nur die Frage, was letztendlich die Samurai ablösen sollte. Killer Kinderroboter mit Laserhänden. Super! Und damit sind wir durch die Thematiken des Kapitels auch schon durchgekommen. Wie es schon gesagt hat, mir raucht der Kopf von diesem Kapitel. Ich will eure Gedanken dazu unbedingt hören. Haut bitte gerne in die Kommentare. Auf dem Weg da unten kommt ihr vielleicht auch am Like- und Abo-Button. Wobei, ich habe es vielleicht schon gesagt, wenn ihr es bis hierhin ausgehalten habt, ist die Wahrscheinlichkeit nicht unwahrscheinlich, dass euch vielleicht auch das gefällt, was in den nächsten Wochen hier so kommt. Deswegen überlegt es euch einfach mal. Nur so ein Angebot von mir. Ich verabschiede mich an dieser Stelle wieder, wünsche euch nur das Allerbeste und vergesst bitte niemals, dass man Frauen oder auch Männer nur dann wirkt, wenn sie damit einverstanden sind.